Ja, eine ganz traurige Sache ist das. Ja, hier ist gestern um 11 Uhr 20 eine Frau umgebracht worden. Angeblich ist ja der Lebensgefährder festgenommen worden. Ich finde sowas eine Schweinerei, dass man die Frau umbringt. Sicher fühle ich mich hier schon noch. Nee, ich aber nicht. Man muss ja Angst haben, dass man von hinten einen vom Kopf kriegt. Naja. Das ist ja schon oft passiert. Das ist ja schon oft passiert. Vielen Dank.